Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Angespielt bei DayZ auf dem Experimental Server für den Patch 060. Ich bin hier schon am Anfang ein bisschen weiter rumgelaufen, hab mir ein bisschen das angeguckt, das ist für mich jetzt auch gerade so das erste, zweite Mal auf dem Server. Tagsüber sind die ziemlich voll, jetzt spiele ich gerade früh morgens. Ein bisschen zu sehen, wie der Spiel so ist. Was sie verändert haben, die Grafik und auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, dass die Performance viel besser ist als vorher. Und ja. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wo ich gewesen bin. Und in irgendeine Richtung, wo ich laufen musste. Was ist da? Ja, also beim Angespiel würde ich das so machen, dass ich mal so für 30, 30 Minuten ungefähr mal ein Spiel anspiele. Oder vielleicht auch eine Stunde. Jo. Und sehe, wie das Spiel so funktioniert, wie es aussieht, ob es mir gefällt. Den kann jemand anders auch vielleicht noch bestimmen, wer gerne möchte, ob man die Episoden weiterspielt. Oder ob man es sein lässt. So ein Black Shirt. Black Shirt ist so gut. Black Shirt. Swabby. Shootgun, was habe ich da? Sporta? Nee, Sporta. Die 22er ist ja gut. Ja, 22. Ja, dann gucken wir mal, ob wir irgendwie tolle Beute machen können. Jetzt ist die Grafik auch noch ein bisschen schöner. Kann ja einmal kurz zeigen. Ich habe alles auf, ja, sehr niedrig, HD-Qualität, aber sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch. Kann man alles sehen, Motion Blu, Ration Blu habe ich ausgestellt. Ja. Läuft super. Kann man oben rechts in der Ecke sehen. Bis jetzt sind die FPS nicht schlecht. So, nicht mehr. Ah, jetzt weiß ich. Ich bin hier nach Novo und Novo und wie die alle heißen, die Kleinstädte, bin ich auch im Weg gewesen. Ging das da weiter? Ein einsamer Busch auf der Straße. Nochmal Friend. So. Ein Teich. Habe ich was eigentlich zum Auffüllen? Nein, habe ich gar nichts. Nix zum Auffüllen. Ich könnte aber mal ins Gebäude gehen und mal gucken, ob ich irgendwas tolles finde. Ich habe doch gerade ein Hühnchen gehört. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Oh, Sport haben wir da. Habe ich jetzt die kleine Waffe weggeschmissen? Oh, Gewitter. Gewitter in der Ferne. Bin ich blind? Bok, 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 bok. Hm, da fällt jemand. Ja, und mein Hund antwortet. Ah, hier ist die Straße. Den schätze ich mal. Oh, Mensch, das ist so lange her, ey. Dass ich mich jetzt verlaufen habe. So war der Mist hier. Aber ich glaube, in die Richtung geht es da ins Innere. Und da geht es wieder zurück. Aber gut, hier kann man immer gucken. Die kleinen Häuschen haben selber was reingemacht. Ah, oh. Ein Hoodie. Den hat er schon jemand an. Swabby's Web. Den hatte schon jemand an. Oder haben sie jetzt Tunfischdosen auch noch reingemacht? Oh, 19-11. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich hau dich mit den Händen. Irgendwie wollen die Tasten unten nicht, habe ich das Gefühl. Oh, sieht schön aus mit meinen kaputten Handschuhen. Jetzt wird der Raincoat. Oh, Tracking Suite. Ah, da muss ich weiterlaufen. Hm, hm. Das war mal auf der linken Seite, wenn man in die Stadt gelaufen ist, oder? Ich schätze mal schon. Ja, jetzt sind wir wieder beim Jogging Simulator. Aber wie man sehen kann, es sieht schon echt hübsch aus hier. Die Sonne. Ich kann mal ein bisschen rumstellen. Und noch ein bisschen, oh. Ein bisschen Prospe-Quality. Ein bisschen Blümchen. Applieren wir mal. Das sieht ein bisschen an, also. Ja. Also definitiv läuft es viel besser als die vorige Version, da haben sie schon viel getan. Deswegen hoffen wir mal, dass die Bugs schnell gefixt werden und das auf die normalen Zerber draufkommt. Oh, ich geh wieder. Oh, ich bin ein Apfelpflug. Naja, ich lauf mal lieber weiter. Die Berge kommen mir bekannt vor, ich glaub ich lauf... Irgendwas mit G war das, irgendwas mit G. Oh, das ist ein Hofe. Hinten haben wir auf jeden Fall was. Boah, ich bin nicht wieder zurück zum Strand gelaufen, oder? Boah, ne bin ich nicht, gut. Und da hinten ist der Turm, den habe ich gerade gesehen. Ja. Ich mag auch nicht mehr gewittert draußen sein. Wie man sehen kann, jetzt wo man sich die Stadt ein bisschen nähert, dann gehen die Frames schon ein bisschen wieder runter. Oh, genauer, genauer. Oh. Ah, Zombie. Uiuiui. Was war das? Wurde jetzt gerade der Shadow nochmal gerechnet? Der Schatten hat einen Schatten. Oh, das sieht ja richtig süß aus. Oh, das sieht ja richtig süß aus. Oh. Oh. Immer schön langsam. Kann ich mal gucken, ob du was hast. Blutig? Ne, du bist durstig. Gut. Alles klar. Aber die Zombies sehen auch schick aus. So ein bisschen näher aussehen. Wie kommen die andere schöne Mütze. Ne, der sweatet ja nicht. Oh, schick. 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 Aber wenn die... Ne. So. Und dann. Oh, schick. Schick. Aber wenn die... Oh, ich bin ja da. Ein Ruh-Code. Vier, vier, ne, weiß ich nicht. Ja, auch nix, ne? Schade, schade, schade. Oh, ein Beziehung-Kalister. Gucken wir nicht durch. Oh, doch schon. Haben wir einen hier? Chopsticks. Was sind das eigentlich für Dinger? So kein Hintersteller, was ist denn das? Oder? Kann ich ihn stellen? Kann ich ihn stellen? So, hüpf. So, wunderbar. Nix. Hm. Hm. Ja, ein Zombie. Und von rechts glaube ich auch irgendwo einer, oder? Oder weil? Hm. Oh, man kann in die Kirchen reingehen. Was passiert? Ist ja fies. Ich bin in der Kirche. Ihr dürft ihr nicht rein. Ihr Anti-Christen, ihr. Aber es ist ja orthodoxe Kirchen, glaube ich. Oh, wo ist er denn? Sie! Okay. Ayo, Sister. Ah, komm. Das ist mir Liponet. Oh, close. Schnell verbinden. Juss. Ach, jetzt. Jetzt sehe ich auch mal ein Inventar von den Effekten. Ah, ah, ah. Ja, und jetzt haben wir leider das Problem, glaube ich, dass wir nicht hochkommen wieder. Das war so das Problem, was mir letztes Mal aufgefallen ist. Irgendwie kann man nicht aufstehen. Aufstehen? Ah, haben sie die Taste rausgenommen. So. Ha. Da haben sie die Taste rausgenommen. Ist ja wieder gut. So, was hier schön ist. Brecheisen. Schöne Werkstatt. Brauchen wir was zu trinken. Oh, eine Bomberjacke. Ah, überall nur Alkohol. Ist nicht gut. Da verdurste ich ja noch mehr. Ein Tape. Oh, das ist gut. Tape sind immer gut. Immer schönes Panzertape. Kannst du alles kleben. Wenn das ein gutes ist. Oh, Munition. Was ist das? Was haben wir da denn gekriegt? Ein Clip. Und das ist... Oh. Load Ammo. Schick. Gleich ein Clip. Jetzt brauche ich hier nur noch die passende Waffe. Ah, okay. Keine Töne. Schick. Oh mein. Hallo. Jemand zu Hause? Jemand da? Nein, ich fange jetzt keine Rollenspiele an gemacht, dass man da weibig in Stimme. Nein. Auf Club. Ich kann jetzt was glauben. Ich muss aber... Nix hier drinnen. Geht mal raus. Guck mal. Irgendwo ein Brunnen. Da habe ich bestimmt wieder übersehen, weil ich so durchlaufen nehmen werde. Guck mal, ich... Guck mal. Ah, ne... Drink. Ne Coke. Ich trinke einen Schluck Kaffee mit. ja wenn sie sich einigen künftler bevor sie sie kommen trinke diese cola und du wirst zum zombie ja festmask oh Oh, schick. So, das andere nehmen wir auch. Oh! Team Interax. Gut. Das ist gut. Die brauchen wir ja. Haben wir nicht viel davon. Oh, der hat mich denn hingeschmissen. Da. Ne, das war das nicht. Da nochmal gucken. So. Nein. War er zu schnell? So, gut. Mhm. Zack. Schick gemacht, schick gemacht. Okay. Man sieht ja, man kann ja mit den Gedanken spielen, nur noch vier belegbare Plätze. Kann man die einstellen, weiß ich jetzt nicht. Ich vermute jetzt einfach mal vier belegbare Plätze. Das ist gut für den Controller. Ja. 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 Schöne, große, rote Gebäude. Die sind immer gut. Es gibt immer Klamotten eigentlich. nicht. Ja. Ja. Da sieht man das nochmal, die Bestätigung, dass ich auf dem Experimental bin. Ja. Oh, felschmec. Ja. Ja. Ich bin schmuck. Ja. Ja. Hier sind öfters Karten drin gewesen, aber habe ich auch schon lange Karten mehr gesehen. Wo? Ach, ein Tree-Bot. Ein Walkie-Talkie. Kann man noch mal geworfen. Ein Tree-Bot weiß ich nicht. Gehen wir noch mal schnell gucken, ob wir eine anständige Säge oder so noch finden. Ich brauche aber irgendwie einen Wasserbehälter. Ein paar Flaschen wären nicht schlecht. Ja, Blitz-Dings. Oh, eine Lok. Eine Luke? Ne, eine Red-9. Ja, scheiße. Weiß ich nicht, welche Munition eher zu finden ist oder welche. Okay. Was haben wir hier denn? Rebacket für die Tile Rebacket. Okay. Hm. Wow. So quietscht aber schön. Pollen wir mal die Axt weg. Zombie. Hey, mein Zombie. Ja, und irgendwo, ich weiß nicht, ob man das überhaupt hört. Irgendwo sind die Handwerker und die kloppen die ganze Zeit. Oh, die kloppen die ganze Zeit auf den Ding rum. Auf der Heizungsruhe. Oh, der sagt mir gleich Hallo, so wie es aussieht. Komm schnell, schnell, schnell. Der kommt gleich. Der will mich fressen, du. Ähm. Swipe. Swipe. Swipe it. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich glaube, wenn der Rucksack voll ist, oder den Rucksack möchte ich gar nicht so voll haben zum Laufen. Mhm. Ach so. Das war Licht, ey. Ist schön auch mal wieder Zombies zu hören, wenn man die ganzen... Hey. Hallo, du. Ich hab was zu essen gefunden. Können wir uns teilen? Junkfute. Oh, jetzt ist sie böse. Jetzt ist sie böse. Oh, jetzt ist sie. Wo kommst du denn so schnell her? Cheatest du? Holy shit. So. Juse. Habe ich mich ja schon. Eikasch war da. Oh. Das war mal ein Framestorm. Ich mag kein Gewitter. Ich... Ja. Mach die Tür noch. Das war mal ein Framestorm. Ich könnte jeder hören. Nichts. Nichts. Nichts, nichts. 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 Nein, haben wir auch nicht. Wir gucken mal hier raus. In die Richtung. Hm. Power-Forest, genau. Oh, ein Pick-Ox. Könnten wir noch ein paar Steine sammeln. Schönes Feuerchen machen. Ja, ich weiß, du möchtest was trinken und nicht. Mir ist bestimmt wieder, vor lauter Gucken, der Brunnen entfallen. Da, was haben wir da? Da, was haben wir da? Black-Cody. Und? Einen Haken. Haken ist gut. Na, wie mache ich die? Raincoat, Raincoat. Raincoat. Ja. Raincoat ist immer gut. Den nehme ich gerne. Den nehme ich gerne. Warum? Damit ich nicht nass mehr. Ah. Erstmal die Waffe aus. Jetzt. Gut. Schönen und dunklen Leuchten. So ist es richtig. Schönen und dunklen Leuchten. Ja, du möchtest was trinken. Ich weiß nicht was. Du möchtest was trinken. Wir gucken jetzt auch mal. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur mit dem Wasser. Irgendwann. Wo ist hier ein Brunnen? Ich glaube das ist eigentlich das allererste was man gucken muss. In welcher Stadt wo der Brunnen steht und gar nicht irgendwelche Klamotten. Nee. Wo steht der drum? Da ist ein Zombie. Ja, ich habe ja leider auch keine Sachen. Sonst hätte ich das Wasser vorhin am Teich holen können und abkochen. Ah. Ah. Ah, da. Der Sau ist immer da drauf. So. Kann man nochmal schön gucken. Einer guckt. Gucken wir ob keiner guckt. Ob man nicht von hinten auf einmal angegriffen wird. Use the Pop. So. Dann werden wir uns richtig voll machen. Kannst du. Take with your hands. Eat all. Kannst alle aufessen. Alle aufessen. Ja, ja. Thirsty. 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 Ich auch. Ich bin auch durstig. Kaffee Durst. Ach komm. Wow. Hm. Wo ein kleiner Leck. Hydrated. Das ist schon mal gut. Hm. 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 Einmal können wir noch, ich weiß jetzt nicht ob es noch unterschiedlichere Farben gibt jetzt wieder, oder nicht. Na, dann machen wir noch, ich hoffe du kotzt jetzt nicht. So, dann glaube ich gibt es da kein anderes mehr, jetzt muss man noch ein paar Flaschen gucken, Flaschi Flaschi, was ist denn da? Oh, ein Kocher, da würde auch nur noch Gas fehlen. Gaskocher, das war mir schlecht. Oh, was haben wir? Ja, Streichhölzer, der Klassiker. Na, Survival mit Streichhölzern, der Klassiker. Schade, dass man hier kein Magnesium- oder Feuerstarter überhaupt so findet, hier. Magnesium-Kit oder sowas, wie die Dinger heißen. Kann man auch schnell rein. Okapi. Na, eine Rose hätte ich gerne, die Rose ist so hässlich, ich weiß nicht. Aber, vorher hat man eine Jeanshose gehabt, die sah immer gut aus. Da hat man fast keinen Grund gehabt zu wechseln. Oh, was ist das? So, weil ich... Bei dem war ich noch, glaube ich, gar nicht drin. Oder am Anfang. Die Tür zum Tödel-Tab. Und, tschu-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Hm, nichts, ist denn da drin hinter. Wo? Wo, wo? Wo, wo? Spieler? Oh ja. Ja, ich glaube, wir brücken mal aus. Oh, wir hauen mal ab und gehen mal weiter. Das Problem ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob er uns gleich folgen wird, also ob er die Richtung selber läuft oder ob er von da gekommen ist und jetzt auf den Kampf mit ohne Waffen. Oh, ein einsamer Zombie. Oh, drei einsame Zombies. Wie der da hinten läuft. Wir hätten mal ein Fahrrad hier rein bauen wollen. Ja, die Fahrrad sind gut. Und der Arma drei Wasteland. So, ich würde jetzt einfach auch mal sagen, ich laufe jetzt da vorne noch an den Wald rein und dann beende ich erstmal das, dann ist das meine allererste Folge angespielt. Ja, falls es euch gefallen hat. Ich kann auch verschiedene Spiele, die ich noch habe, einfach mal machen und Sie können die Leune selber abstimmen, wenn Sie wollen, beziehungsweise wenn mir das Spiel so gut gefällt, bei der ersten Folge, dann werde ich es wohl wahrscheinlich selber spielen. Habe auch längere Zeit keine richtigen Videos mehr gemacht gehabt, denn gut, dann mache ich immer Stopp. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.